Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu der neuen Folge, Kautos 2 Global Offensive, Wingman mit dem Jonas. Schwingle mit Dingman. Was machen wir denn? Ey, Pech, das fängt schon wieder perfekt. Ey, Pech. Ey, Pech, du legend-sungel. So Ramp sieht aktuell noch ziemlich frei, frei aus. Keine Steps, keine Schusse, keine... Da ist er! Haben die sich gepushtet? Nee. Okay, okay. Ja, beide. Na, geht ein bisschen. Ah, der pusht mich! Fuck. Woah, lol, okay. Poof. Hm. Was denn? Let's fight, but we have to win the round, okay. Alles klar. Ja, lass einfach. Ich spitze Zeit. Lasst uns froh und munter sein. Puschen. Puschen. Puschen? Ja. Hab ich ne gute Idee. Äh, ne gute Idee. Habe ich ne gute Idee. Rein pushen und erst mal sneaken. Ich komm in Ramp. Warte. Warte. Nein. Nein. Eier ist minus 50. Ja. Und auch noch Schuss. Die haben, die haben einfach irgendwie ein bisschen, ein bisschen gefailed. Geh einfach weg und spiel auf Zeit, oder? Mit 3 HP ist das ja gut. Und 12 Schuss. Okay, ich glaube auf Zeit spielen ist ein bisschen. Mh. So viel Zeit hab ich da nicht. Ich glaub die haben auch nur Pistols, ne? 88 und 6. Hm. Schade. Ich hab die dann, äh, gehört. Aber dann hat er mir halt instant einen Klick gegeben. Wenn ich da die Tür rausgehört. Soll ich dich boosten? Ähhh. Ne, lass wir nicht boosten. Okay. Gehst du... Ja dann gehst du halt rein. Ich geh, ja. Ramp ne? Bisschen was? Ramp vielleicht? Ramp vielleicht? Bisschen nicht? Ich weiß, ich weiß nicht wo die war. Könnte sein, dass die unten war. Alter, ich hab mich grad von nem Gelände erschreckt Ich treff nix, minus 80 Können die zünden, oh wat? Fuck, 53 Moment, ich hab da wat Moment Und... Du hast jetzt Narbe Ne, kann ich mich plötzlich lösten Du dumme Fotze So, umst du nicht mal Umst du nicht mal, okay Und... Bin zu spät Oh ja, bin zu spät Danke Okay Fuck Ey, ich... Ich treff nix Ich treff einfach nix Hä, wo sind der? Beide da Der Clickinator Der Akinator, Junge Erstmal USPS werfen Kannst du mir was legen? Äh, was willst du? Egal Egal Regal Sagt Alter Das ist ne Scheißrunde Sollte ich mir aufnehmen Aber die Runde ist bisher für uns Beide nicht gut Oh, der ist auf der Upstairs Geht grad hoch, ist Half-Life Beide, oder? Kann ich tatsächlich nicht zuordnen Ich glaube der geht gleich Jetzt schneiden wir jemanden kommen Nice Ah, okay dann das Auto Rechts Ey, warum hattest du nicht vor einer halben Stunde aufgenommen? Oder... Weil ich da kacke war Ja, aber da war'n... Da war ich halt gut Hörst du mich, du hohe kacke Gemüse? Ja, das sind deine Zuschauer schon gewohnt Die ganzen Soundcodes, oder? Ne, tatsächlich Tatsächlich nicht Aber jeder... Jeder andere, den du kennst Das ist cool Jeder, die ich kenn' Ja Ich ruf immer meinen Eltern an Dann machst du auch... Dann machst du auch irgendwie... Ja Oh ja Sind beide da Einer so oben Oder meinst du bei mir sind beide? Bei dir sind beide So Ich hab' den... Halb, halb, halb Nice Letztes halb Schade Ja Ja, der hat 24 Ja, der hat 24 Ja, der hat 24 24 hab' hier Wenn, wenn er halb... Wenn er genau halb war Habe ich ihn 26 gemacht Hat er noch 24 gehabt Läuft bei uns echt nicht Nee Aber bei dir erst recht nicht, ey Überhaupt nicht Ich weiß auch nicht, was ich machen soll Weil die geben nur Headshots Ramp Ja Renate out Ja Erstmal... Moors euch ausrichten Ne Oh ne Das ist minus 70 Das letzte Nice Alter, ich hab' ich... Mega schreckt auf einmal, dass der da war Ich wusste jetzt, was er da so da ist Acker Ja, bitte Na Asimov Wahrscheinlich Battlescared Boah, die sieht gar nicht gut aus Das sieht gar nicht gut aus Was ist denn mit Karsten aus? Das sieht gar nicht... Das ist gar nicht gut Nein, den zweiten bekomm ich nicht Minus 80 Weil dann bekomm ich immer nur den ersten Puh Subtion ab hier Ne, 19 Sorry Ey, jeder kommt gleich von hinten, ne? Das... das war kein Flick Das war einfach so ein Kreis Das du... Ich hab... Ich hab mich so hart erschrocken Ich hab einfach nichts gezogen Hab einfach gedrückt Ja, aber du warst so erst oben Und dann bist du nicht nach unten gegangen Sondern erst nach links Und dann hast du ne kreisförmige Bewegung Auf seinen Kopf gemacht Das hab ich Ich muss den auf seinen Kopf irgendwie raufziehen Ähm, oben, unten Was machen wir? Extra kauen Keine Ahnung Äh, oben Oder einfach, äh, runter springen Hier Einfach vom Maul springen Einfach Hunde gleich beenden Da ist hinten bei 10 und 2 Ja komm, aber Püxel jetzt Du not... Nein! Warum droppe ich nicht einfach runter? Diese Man-Stop-Wirkung, ne? Diese Man-Stop-Wirkung Diese Menschen Das ist... Das ist schlimm Ich bin da... Ich bin da... Da gibt's... Ich bin gelaufen wie im Wasser Was ist denn das? Im Wasser lauf ich schneller, muss ich sagen Nein Erstmal forsen Nein, ich bin da ja... Also... An der Seite ist ja diese komische Rampe Wo du... Wo du nicht runter droppst, sondern... Ähm, wo du da läufst Ich wollte eigentlich gar nicht die Rampe gehen Mhm Die Rampe bin ich halt in der Geschwindigkeit runtergelaufen Wie wenn ich irgendwie Wasser... Im Wasser laufen würde Mhm Vor allem du hast eigentlich ja Adrenalin Wenn du angeschossen wirst Also du musst da eigentlich schneller laufen Wieder im Spawn von dem Abgeschluckt Soll ich vorgehen, oder? Naja Links Ich würde sagen Einfach pushen im Normalfall Was denn denn? Ich brenne mal, ne? Hörser war verschwinden Oh! Dings ist der Ich würde da weg gehen Und warten bis dein... Das ist doch mein Ziel Den Sprung schaff ich nicht Nice Guck gespielt Komm, hier holen wir noch Das ist halt auch nur der Erste, der so manchmal komische Shots raushaut Es gibt halt aufsicht nur Headshots Wie ich von auf Koppel, aber... Nur schlimmer Jetzt hat das ja auch mal wieder der Chaos Park, oder? Ey, aber... Kaum nimmst du auf... Sack ich rein 4-10, was ist denn das? Hahahaha Uff, das ist aber echt nicht dein Skill Normalerweise habe ich... Hast du noch eine 1-Zone dran, wenn schon Ey... 6 HP hat er noch 6 HP 6 HP Betten Head Spring runter Das ist mir bewusst AK vielleicht Die Frage ist, wo ist er? Links, rechts, ganz rechts? Ah... Ist nicht so weit Gott sei Dank Alter Ich hätte mir die Runde nicht geholt, ey Ich höre mal gerne... USPSS Bitte Ist ja nett für Ihnen Wir sollten uns jetzt doch immer mit Ihnen und Sie ansprechen Der Herr Ja, Hügigkeitsform wird eigentlich auch hier immer ins Cisco ein bisschen äh... Vernachlässigt? Vernachlässigt, ja, sowas von Kannst du schon, oder? Kannst du schon, oder? Kannst du schon, oder? Soll ich äh... Jetzt hinten bei sich in Spawn Oben Hat Minus 70 Oder? Bei Minus 50 Soll ich viel drücken Soll ich viel drücken Throwing a Flashback Ne, die sind auch in Spots zurück Was ist hier jetzt für eine Kugel im Magazin? Der Step hat mich mega irritiert Der hat den bestimmt mit Absicht gemacht Damit ich da hinschaue Bestimmt Das ist eigentlich gar kein schlechter Trick Dass du einmal einen Step machst Wenn du 2 gegen 1 bist, um den abzulenken Und dann kommst du von der Seite Hm Das weißt du vorher halt nie, ne? Ist nicht unten oben Ja, ich glaub unten läuft tatsächlich besser als oben Ja, ich glaub unten läuft tatsächlich besser als oben Ich krieg die Granate wieder rein Endlich mal ein Kill Ich hab 1 HP, ey Ey, 6, 12 Ich stehe so negativ Das ist gewannsinn Das sind 7, ja, ist positiv, aber nicht Ich drück auch nichts mehr mit 5 Ey, Mann, ich, du musst die Ausnahme aufmachen Die Ausnahme aufmachen? Ich mach ne Exception da Ja, das war Exception for Trycatchung, ey Boosty Hier ist nix Der ist unten Der ist rechts, äh, an den Holzkisten Nein, das ist... Oh fuck Ey Ich hätt gedacht, ich war drauf Mann Ich hab, ne, ich hab nach hinten geschaut Nach links geschaut Ich hab nach rechts geschaut Auf einmal kam der von unten Und dann schaut der Insel nach oben Gibt mir nen Headshot Das gewinnen wir, glaub ich, diesmal nicht Unser erster Loose Ja, wahrscheinlich Weißt du, 10 Runden vorher gewonnen Verlierst einmal direkt ab, äh, ähm Alter, direkt auf Silber 1 zurück Also über 1 kann lustig werden Oh, zieh ich eigentlich hin gerade Ja, soll ich mal einfach vorrennen? Ich renne einfach mal vor Okay, mal wo komm ich auf die Flosse Was ist die Bombe? Ich hab nach hinten hingeschaut Oh je Keine Ahnung Der hat vorher in die Wand ge... Willst du M4 oder AK? Ja, ich probier mal mit M4 Vielleicht drück ich da mal M4, das ist doch ne Waffe Einen TIE können wir noch rausholen TIE können wir noch rausholen Just be... Positive drinking Kaufen was geht Und saufen was nicht steht Kannst du nicht so Replay-mäßig, ähm Wieder... Also so zurück aufnehmen Also gibt's auch so von Shadowplay und so Geh weg, danke, danke, danke Du stehst immer so genau, dass ich nie an dir vorbei kann, wirklich Wann mal Ist jetzt nicht optimal Der ist durch Die war glaub ich gut Mann, 40 40 Ich treff nix, Mann TIE ist drin Keine Niederlage heute für uns Ey, aber 615 615 Unique Weapon Kills Acht Stück, Alter Acht Unique Weapon Kills Das ist mein Achievement Okay, Headshot Meiste Headshot Rate Ich hab 7 Assists Hättet die 7 Kills Wär das ne geile Runde, aber ich hab 7 Assists Mach die Ausnahme aus Die Ausnahme aus, ja Also die Ausnahme ist jetzt weg Vielen Dank fürs Zuschauen Wir bedanken euch vielmals Wir bedanken euch vielmals Wir bedanken euch vielmals bei euch Ja, wir bedanken euch vielmals bei uns Für unsere Haltung Ne Viel Spaß, ey Ich hab ein bisschen so schlecht gespielt, da hat man uns ein bisschen lustiger Jonas, machen wir eine Wette Ich wette Jonas wurde jetzt bei Salzrecht die Runde Safe Egal was passiert, du hast diese Runde besser Weil Vertigo, Overpass und Train Das sind eigentlich unsere Maps Und Erstmal Vertusten Deswegen Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Haut rein Bye